Okay, da ist noch ein Messer. Brauchen wir jetzt aber nicht. Wo sind die Nonnen? Ich laufe einfach bis zu den Nonnen hinter. Dann ist noch eine Vogelscheuche. Können wir die vielleicht umdrehen? Oder umdrehen? Umdrehen? Oh, da ist Heilung. Heilung, Heilung. Vielleicht können wir die anzünden, die Vogelscheuche. Ein Schraubendreher. Können wir ein bisschen was manipulieren vielleicht? Hula-Mädel, ganz ehrlich. Äh, erste Hilfe. Komm, gib mir mal ein Stimpack. Nee, keine Ahnung. Ich sollte aufhören, dieses Spiel mit Fallout zu vergleichen. Als hätten wir jetzt das von der Vogelscheuche anziehen. Nein, ist jetzt nicht dein... Das ist ja lächerlich. Na okay, ist cool gemacht. Da können wir nicht so viel machen. Die sind da ganz hinten. Wir haben aber auch bis noch... Oh, wir haben elf Schuss. Das ist gut. Kommen wir hier durchs Maisfeld hin. Okay, wir müssen ein bisschen schleichen. Aber ich denke... Das könnte ganz gut funktionieren. Habe ich am Anfang gedacht. Alter. Wie zur Hölle habe ich das gerade gemacht? Die hätten mich eigentlich sehen müssen. Äh. Okay, scheinbar verbirgt das Maisfeld besser, als ich es gedacht hätte. Wo sind denn die überhaupt? Hä? Waren die nicht gerade eben noch hier? Ich muss aufpassen, dass hier die Typen nicht sind. Ich wechsle jetzt einfach mal zu dem hier. Wenn sie mich jetzt erheben, ist Travis zu einem Ziel bereit. Äh. Ist klar, als wenn ich mich jetzt hier ergebe. Das ist so ein Schwachsinn. Never ever. Ist die die einzigste da? Oh nein, hier ist tatsächlich ganz schön was los. Dann gehe ich einfach mal andersrum. Wo ist denn der? Der ist da. Das sind auch immer diese Aussagen. Wo ist denn der? Der ist da. Wow. Alter, ich bin so geflasht. Ich sollte als Navi arbeiten. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Können wir uns hier verstecken? Hier ist so eine riesen Kiste, aber wir können uns nicht verstecken. Ey, was ist das denn für ein Lügenspiel? Haben die uns jetzt gesehen oder nicht? Denn wenn die uns gesehen haben, dann kann ich gleich hier rumballern wie ein Bekloppter. Aber das ist gut. Das ist gut, wenn du mich nicht mehr siehst. Wir haben sie. Äh. Misstrauisch, aber sie wissen nicht, wo ich bin scheinbar. Auch wenn hier jetzt eine Leiche liegt, aber... Ich denke, damit kann man leben. Was habe ich nun im Leben? Ich gehe wieder ins Maisfeld. Versteck mich da. Im Normalfall dürft ihr mich ja nicht sofort da sehen. Alter, Maisfeld. Als wenn du mich jetzt im Maisfeld gesehen hast. Ah, schlag ihn doch. Jetzt. Okay, das war's glaube ich. Och, was soll denn das? Als wenn die das jetzt mitbekommen haben. Das war da total dicht. Boah, ganz ehrlich, jetzt reicht's mir hier. Ganz ehrlich, hab ich jetzt keine Lust mehr drauf. Also... Nö, da hab ich jetzt... Ganz ehrlich, hier. Dann mach ich das jetzt ganz offensiv hier. Einfach ein nach dem anderen. Ganz ehrlich, dann... Mach ich's halt gleich so. Das geht schon. Aber okay. Was soll's. Die Vogelscheuche ist da hinten, glaube ich, ne? Ja, dann gehe ich mich da jetzt heilen. Zieh mich um. Und da gehe ich hinter zu den anderen Nonnen. Äh, verkleiden? Wo sind die Nonnen? Da hinten. Das heißt, wir werden sie nicht mit einem Schuss von hier töten können. Oder? Vielleicht doch? Nein. Steck die Waffe weg, Kumpel. Hier ist es voll... Ich falle hier immer wieder drauf rein. Das sieht so aus, als könnte man hier einfach so lang gehen. Dabei ist da so ein Riesensprung. Leiche gefunden? Wo denn? Das Schlimme ist, man muss hier stehen bleiben, wenn man gesehen wird. Und ich falle da irgendwie die ganze Zeit drauf rein. Ja, ist ja auch nie so, als hätte ich die jetzt erdrosseln wollen, ne? Ja, das ist doch... Oh, ganz ehrlich, ey. Das ist doch voll nervig. Was soll das? Was soll das? Vor allem diese Logik. Im Maisfeld eine Leiche finden. Ganz ehrlich. Das Problem ist, ich sehe die Gegner nicht und die sehen mich nicht, ne? Okay, ganz ehrlich, ey. Oh, Mann. Mann, 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 Mann. Dein ist die nächste Nonne. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind auf alle Fälle nur noch ein halbes Leben unterwegs, was durchaus schwierig werden könnte. Kann ich den vielleicht mitnehmen schon mal? Okay, kann ich. Okay. Komm, wir auf zu zappeln. Das stört ein bisschen. Wo ist die Nonne? Die Nonne ist da hinten. Okay, war ja klar, dass die jetzt abfaut. Wo gehst du hin, Süße? Ich sehe jemand. Okay, das hat super geklappt. Wo muss ich hin? Ich muss irgendwo nach da hinten. Kommandoposten finden. Ernsthaft? Ist das jetzt dein Ernst? Ja, gut. Okay, warum nicht, ne? Oh, shit. Wir haben aber auch keine Munition mehr für die hier. Das heißt, ich muss den wohl tatsächlich per Hand aus dem Weg räumen. Na, komm. Ist gut. Wo ist der... Der Erlöser? Was? Wo ist der Kommandoposten? Wo ist der Kommandoposten? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Hä? Und jetzt? Ins Auto oder wat? Ich verstehe nicht ganz, wo ich hin muss. Hä? Hä? Ist das jetzt das Ziel? Und jetzt? Hallo? Hä? Keine Ahnung, was das gerade eben war. Ich glaube, da hat jetzt gerade was gefehlt. Aber gut. Ja, dann haben wir das auch geschafft. Ich glaube, das ist das Ziel. All I wanted. Es ist das Ziel. Und JJDX. Alles issues. All I wanted And I thought You can be All I want And become Everything Everything All I wanted Although it feels like heaven He has my own Yes You Of You Be 기에